Wir stellen das Sonnendurchruf, der Halter des Fahrzeuges GSMX365, der Halter des Fahrzeuges GSMX365 mit dem unverzügelt machen, unter dem Vorsatz. Ganz, ganz, wie die Geschichte gehört wird, Schau. So, weiter geht's, da waren wir in die Felsen, mit Karl Lohber, der erste, und das war heute Morgen mit dem 1.050, der hinten im Zeitweg war er langsamer, die 1.950, Luca der Wichlo vom Team Endeffektung. 5.10 Sekunden! 5.10 Sekunden! 5.10 Sekunden! 5.10 Sekunden! 6.10 Sekunden! ... 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 Soll ich da einen auf das Ohr hauen, oder? Mann, hast du gedacht, der Wicker, außer bleibe ich auch stehen, der fährt los, fährst du auch los. So habe ich es beobachtet, war das so oder war es ein bisschen anders? Ja, so war es. Und ich habe mich auch geärgert und ich kam nicht richtig raus aus dem Gatter. So, ich habe mich gespannt, auf dem Badeweg-Long. Einfach das, was weiß ich noch gar nicht. Fünfzehn Sekunden. Fünf Sekunden. Das nächste Spektakel abbildet ihr auch für euch im Livestream. Da ist nämlich eben John Kranholt, der sich hier jetzt Platz 1 hat hinter Luca Lirichloh. Mika Loverenz hat da erstmal den Platz hergeüberschritten gespannt. Da macht jetzt was der langsamer. Da muss Luca aufpassen, der hat nichts. Vorne Lirichloh, der stehrt sich jetzt hier schön frei. Dahinter Kranholt. Dann Mika Loverenz. Als nächstes haben wir Noah Richards und Nils Fauser dabei. Boah, weiter Sprung hier von Luca Lirichloh. Und John Kranholt nach wie vor hier auf dem zweiten Platz. Und dann kommt er wieder vorbei. Hier ist er. Ja, das ist so ein Leut für Luca. Wir fahren jetzt hier wieder auf das 1. Hat schon einen kleinen Vorsprung rausfahren können. 137, die letzte Runde für Luca Lirichloh. Der hier auf dem gelben Helm, da hat er auch ihren Aussieger. Der 65er Klasse. 36,1 und jetzt hier 1,1. Salsa, Luca Lirichloh. Die Lassgefahr von Jürgen Magnet hier. Von LR. Okay, das tut das noch nach Hannes Lorenz aus. Erstmal hat Luca Lirichloh. Der Vorsprung hat unter 8 Sekunden dazwischen, ja und da kommt der, auch der, da kommt der, die 68 Kampelstorin auf die Falle. Und das herrliche Fall von der 1.7 von John Kahnholz. Da kommt der große Platzjahr und die Zeit kommt dann neu. Und der Lobelist auf der 4, wo er wieder wird. Sonst haben wir Spausern, wirklich bettankwürdig, fleren Überholungen über hier unten, haben wir es noch auf Platz 6. Ja, da werden wir jetzt auch im Chat, wenn wir gleich spüren, sehen wir schon, wie werden hier die Sportmänner, die rein ist, absolut sehr schön. Ja, da werden wir jetzt auch im Chat.